Diejenigen, die seitdem sie aus dieser Wurstpelle herausgequetscht worden sind, ihr ganzes Leben lang etwa so vielleicht empfunden haben, wie wenn sie auf einer Streckbank an allen Vieren festgemacht worden wären, wären an elastischen Bändern und diese dann überquer verdrillt werden, sodass sie sich zu einem Knoten, einer Schnur, einer sich überkreuzenden Kordel spaghettifizieren und dann langsam durch den Fleischwolf gedreht werden, zerhäckselt in kleine Abschnitten gemäß dem Kinderwitz eines Schizophrenen, warum steckt man Babys mit den Füßen zuerst in den Fleischwolf, damit man dabei den Gesichtsausdruck besser beobachten kann. Einer der makabersten Witze überhaupt, der aber diese ungeheure Grausamkeit, die nur beim Menschenwesen vorkommt, als Rachsucht, für das Ansichtigwerben seiner organizistischen durch den Fleischwolf gedrehten und in eine Pelle gesteckten Wurst mit den zwei Enden der Geburt und des Todes dann verschnürt und nicht wie der Anachoret, nur mit einer Kordel in der Mitte.